hallo liebe user freunde dieses kanals oder einfach nur zuschauer wir haben lange nichts mehr auf sendung gebracht möglicherweise haben einige von euch oder von ihnen schon entzugserscheinungen das bitte ich zu entschuldigen aber corona hat einen wirklich wirklich aufgefressen an arbeiten dazu kam noch ein kleiner aufenthalt im bundeswehrkrankenhaus in ulm an dieser stelle auch noch mal viele grüße an das pflegeteam der orgenheilkunde beim bundeswehrkrankenhaus echt super kann ich nur jedem empfehlen wenn er irgendwas hat ins bundeswehrkrankenhaus zu gehen das ist so ein kleiner werbeblock als kleines dankeschön auf alle fälle wir kommen wieder auf sendung bis bald